Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Velsauvor. Ich habe auf Screen ein bisschen gelevelt und dann habe ich was entdeckt. Also nicht ein Kampf. Eigentlich bin ich nur ein Level gestiegen und habe ich es schon entdeckt. Seht ihr hier, funkelt was. Na, das sind ja Regenwürmer. Klasse, das müssen wir unbedingt dem Jungen sagen. Oh yeah. Und. Geh doch weg, du scheiß Blume. War der Junge jetzt eigentlich hier? Ne, oder? Hm. Oder, war er es? War er jetzt hier oder nicht? Oh, ja, er war hier, ich habe die Angel gesehen. Aber dafür habe ich verpasst, dass ein Kampf stattfindet. Wegen Idioten. Ihre scheiß Giftsage, nein. Gut. Guter Junge. Oh ja, meine Reihen, der muss weg. Das ist ja richtig scheiße. Du, genau. Was habe ich dir gerade über erzählt? Nein, ich reiste da nicht. Aua. Ja gut, ich habe mich jetzt noch nicht overlevelt. Ich bin eigentlich nur ein Level aufgestiegen. Und habe dann noch einen einzigen Kaffee beschritten. Eigentlich haben wir nur dreimal gekämpft, sagen wir es so. Aber welches Level haben wir eigentlich? Das Level ist so ein, okay. Grün Pärbel haben wir. Zumindest eine. Nein, ich komme da jetzt eh wieder nicht vorbei, weil da Blumen sind. Hier komme ich aber runter. Oh, du scheiß Blume, ey. Äh, so mein Ding, ich habe die Regenwürmer. Hallo, haben Sie ein paar Reben? Irgendwann gefunden? Jo. Let us right da unten treibt sich den ganzen Haufen rum. Tatsächlich spitze. Moment, ich werde gleich nachsehen. Ey, wo ist meine Belohnung? Komm, warte, mir glaube ich jetzt angenehm. Ich glaube, jeder kommt. Sie hatten recht. Verdammt, wie konnte ich diese Stelle bloß übersehen? Egal, vielen Dank für den Tipp. Jetzt kann ich endlich mit dem Angeln beginnen. Ach, so was machen wir doch immer gern, stimmt's, Kumpel? Ja, mehr oder weniger. Ich habe sogar etwas zum Dach. Naja, ist zwar nichts Besonderes, aber vielleicht können Sie es gebrauchen. Glanzschuppe. Hui, noch ein Handelsgegenstand. Wie, damit kann man auch wandeln? Kaum zu glauben. Gut, dann fange ich jetzt mal wieder an. Ey! Das war meine Angel. Also, bitte leise sein. Du verbeißt keinen Fisch an. Oh, la, la, la. Okay, ich bin reise. Nein, ich will nicht. Du hast mir meine Angel gestorren. Ich kriege ich noch. Ich wollte es mir heimlich nehmen. Ich habe mir gedacht, du bist zu紅 so gut genug. Wenn du malexistest, vergissst du deine Angel. Ich könnte es mir klauen. Das wäre nämlich ein guter Plan gewesen. Warum bringe ich da lang? So, wow, es würde gerade einen Kampfschub finden. Und der Kampf geht zum Beispiel weiter. Yeah. ich wusste ich wusste es doch ich würde mich nicht begegnen und ich bin tot dankeschön das ist ein dank du wirst zuerst draufgehen nein nein euch hasse ich in zukunft auch wir kommen danach okay der kann den du jetzt aber zeigen wie lustig bist du eigentlich kento zweimal ich habe sogar zwei chancen verhaust aber alle guten dinge sind drei und zuerst keine herausforderung trotzdem wir gehen fast auf es gibt keine anstrengenden dinge pme für euch darunter ging war doch irgendwie klar jetzt da weiter doch mal weg und oder was ich habe gar nicht reisen Ja, racen! Racen! Oh, Mann. Racen! Ach so, da liegt ja was. Halt, hier oben fünfmal! Oh, das sieht geil aus. Nein. Ach, junge Digga, race einfach! Heute gibt's hier keine Ausdauer in so einem Spiel. Nein! Das konnte ich ja gar nicht sehen. Scheiß Baum, hast du extra lange versteckt? Bitte kein Bär. Oh, Mann! Gleich kommt er jetzt mit dem Ultra Smash Attack. Nein. Nein, nicht ihn! Ich bin sogar tot. Ihr Arschloch. Komm, wenn man nicht schlacht. Hab ich hier irgendeine Technik? Nein. Ich hole ihn einfach rein, halt ein. Oh, 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 bitte nicht! Oh, ein bisschen. Oh! Okay, du kannst... Hm, du bist doch so ein... Ja! Also, wenn du es ihm gibst, kann er... Nein, du musst es dir tun. Weil du stirbst beim nächsten Anker. Und jetzt hauchst du immer Beine rein, Dunkel! Dunkel, Dunkel! Gut, du wärst nämlich draufgegangen, gerade. Hau in meine rein, danke! Hau in meine rein, du überlebst! Ich muss jetzt keinen... Halt die Rufe, die verschwinden, mein Lieber! Komm, Erdiger! So! Oh je, wir müssen stärker werden! Da hast du recht! Geben die überhaupt noch XP? Hm, nicht mehr wirklich! Schattenhauch und Denopels! Arschkriecher! So! Ich kann mir den Weg folgen! Nein, 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 nein! Geht's da noch hoch? Nein, da geht's nicht mehr hoch, das sieht man. So, jetzt müssten wir, glaube ich, den Sienkel ohne Pass abgeschließen. Abgeschlossen, Mensch! Ah! Guten Tag, meine Herren! Sind Sie gleich an ein paar Rieseneiern interessiert? Rieseneier? Von welchem Tier sind die denn? Es sind Eier von großen Raubbügeln aus dem Gebirge. Hui, die Dinger sind ja wirklich riesig. Da wird sicherlich ein großer Alkis Omelette geben. Ein Omelette? Woran denkst du gleich, Kibon? Was soll's? Dann haben wir... Was? Was? Okay, nochmal. Was soll's? Man, damit denn sonst anfangen? Ich hab wirklich Hunger, du etwa nicht? Ach so. Doch, schon. Ab bitte. Wo liegt denn das Problem? Wie viel kostet das ein Eid und so? Fünf für Jahr. Na gut, dann nehmen wir eins. Wir nehmen drei. Huh? Dengan, das ist ein Omelette-Kumpel. Das reicht. Na schön, dann halt drei. Okay, drei Eier. Das macht euch fünf für Jahr. Klar doch. Vielen Dank für den Einkauf. Einen guten Appetit wünsche ich Ihnen noch. Für was man den noch mal braucht, weiß ich nicht. Wir braten uns das Omelette dann in Numeria in Ordnung. Joa, dann lass uns schon mal schnell weitergehen. Ich brauche um. Richtig so immer ans Essen denken. Ah, da hinten kommt noch. Denke ich. Hoffe ich. Nein! Die hier geben mir keine EXP im A-Reihe. Es gibt einen heimlichen Weg. Der Weg ist zu heimlich. Hm, was könnte denn hier nur sein? Vielleicht aus? Lauperle! Eigentlich hat er jetzt wieder keinen stummen Spruch über Handelswaren gesagt. Ach, da war doch noch was, oder? Nein. Oh, Junge, dass die Pflanzen immer wieder da sein müssen. Bestimmt sind sie es gar nicht, aber ich gehe mal falsch weg. Da unten geht es nicht. Nein. Ihr gebt, wenn die keine EXP im A-Reihe haben. So, hätten wir das dann? Alter, wie lange hier schon das Ding verloren passt. Ah, da oben ist was. Wie kommt man da hoch da? Geh mal heulen. Ah, da oben. Ah, unten. Ja. 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 Da muss ich rennen. Zack. Hä? Zack. Lichtschlag. Danke. Hä? So. Andre. Und racing. Zack. 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 Sind wir durch? Hab ich recht? Gut, ich laufe da unten und gehe in die nächste Map. Wollte ich das? Ah! Okay, dem konnte ich nicht ausweichen. Das kam sofort. Oh, 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 oh. Ne, klar, gleich auf den, gell? Kann sich auch nicht mal wehren. Aber lass den doch! Nein, nein, ich... Hallo? Wieso hab ich jetzt Flucht gewählt? Ganz im Ernst, ich hab doch kein Flucht gewählt, oder? Hab ich Flucht gewählt? Wenn, dann war's aber unabsichtlich. Ich hab doch eigentlich auf Angriff gedrückt. Ah. Achso, ich muss da hochjumpen. Hab ich recht? Ja. Ich denke, vielleicht auch was? Ne, wenn man da nicht vorbeikommt. Dann Chaps! Und jetzt? Ist hier was? Höh? Ich hab aber... Ich glaube, ich hab gesehen, dass da ein Ausrufezeichen war, aber ich... Oh, verpissen. Wo steht da jetzt, dass ich fliehen wollte? Bitteschön, ich hab nur Angriff gedrückt. Gibt's dem, denn er hat's nötig. Bist du haltest nur 47? Nein, du wirst mich jetzt nicht angreifen, mein Lieber. Vielen Dank. Komm her! Geh auch mal auf eine rein. Autsch. Du, Gento. Nein, nein, nein. Dankeschön. Hau mir mal rein. Und du auch. Das kommt davon, wenn man sich uns in den Weg stellt. Das kommt davon. Ding, danke schön. So, Digge. Wo ist denn da jetzt was? Ah, da hinten ist ein Weg. Oh. Da unten, ah. Ist da oben vielleicht auch... Nein. Ja, okay, da kommt man nicht hin. Ah, okay, da oben kann man lang. Ja. Aber weiter geht's halt hier nicht. Doch mal weg. Warte, vielleicht kann man da runter. Du scheiß Blume! Ja, da muss ich wohl unten lang. Ja, muss ich wahrscheinlich, ja. Nein, ich will nicht. Ich will in einem Part auch mal was schaffen. Ja, toll. Wie komm ich da jetzt runter, mein Lieber? Lohnt es sich wenigstens? Ja. Ah, da ist auch was. Das muss ich dann wohl verpasst haben. Alter, diese Blumen regen mich auf. Oh, ich will dich jetzt haben. Komm her. Ich habe jetzt keinen Bock mehr zurückzulaufen. Oh, Junge. Scheiß Blumen. Ah. Nein, Digge. Gut. Oder soll ich zurück? Soll ich? Nur wenn es die Map ist, gehe ich zurück. Alter. Alter. Geh weg, du scheiß Blumen. Ja, das ist die Map. Ich will das jetzt schon haben. Nein, das ist eben nicht die Map. Oder? Oder doch, doch. Soll ich, das ist die Map. Also, ja. Hier kann man nämlich rein. Weg. Da kann man dann nachher hochholen. Lecker. Achso. Ich dachte gerade... Höh? Junge. Das mit dem Gras regt ein bisschen auf. So, das haben wir hier. Silberner Ring. Eigentlich irgendwas, oder ist das nur eine Handelsware? Silberner Ring. Mental. Oh, da glänzt der Ring aus Silber. Okay, er bringt was. Dankeschön. Hat meine Mentalität... ...was irgendwie Mana-Punkte bedeutet, aber ich kann eh noch kein Mana-Zauber um 4 gestärkt. Glaubst du, wenn es das Mentalität ist, bedeutet. Okay. Ich hoffe mal dann, dass wir im nächsten... Nein! Ah! Mann, ich hab gerade auf die Uhrzeit geguckt. Die kommen immer so hässlich, diese... Vollheimlich. Oh, nee. Dreier-Kombo. Nein! Warum? Wahrscheinlich, weil ich nach unten drücke, oder sowas. Na gut, jetzt weiß ich immerhin, wie ich fliehe. Rennen, mein Junge. Rennen. So. Nun rennen wir weit. Weißt was? Oh, genau zum richtigen Zeitpunkt. So. Übrigens, der erste Spielstand ist nicht von mir. Da steht nämlich ID16 und Level 7. Ähm, der Spielstand ist nicht von mir. Der ist, als ich das gedownloadet habe, schon da gewesen. Ich weiß nicht warum, aber er war's einfach. Also dann, Leute. Im nächsten Park ist weiter mit Velsarbo. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020